Wir sind beim Spezialitäten-Restaurant. Hier kann man sich schön abends hinsetzen. Ist ganz ganz toll eingerichtet. Mit Meerblick teilweise und da gehen wir heute abends her. Montagabend, morgen abends sind wir hier eingeladen zum Essen. Schön auch mit euch Ideen. Dekoriert alles echte Blumen. Das ist halt das Schöne daran hier.